Jo Leute, kleines Infovideo. Es tut mir leid, heute gibt es leider keine Sticks Folge, denn mein gesamtes Videomaterial, was Sticks betrifft, ist leider kaputt gegangen. Ja, jetzt zuerst die Panne mit dem Ton und jetzt ist alles komplett kaputt. Ich hatte das Spiel eigentlich schon komplett durchgespielt, daher ist es sehr schade. Ich habe es jetzt wieder so weit gespielt, dass wir nahtlos weiterspielen können, vielleicht ein bisschen früher, als die letzte Folge war. Und zwar hier, kurz nachdem wir uns davon geschlichen haben, wo wir halt Körperus uns schnappen müssen. Ja, in diesem Sinne, es tut mir leid, aber nützt halt nichts. Ich werde gucken, dass ich so schnell wie möglich nachreiche, denn ich will ja dann mit meinem nächsten Projekt anfangen, wo ich noch gar nicht weiß, was es ist. Aber, naja, nur damit ihr Bescheid wisst. Tut mir leid, Leute. So, jetzt gibt es erstmal einen Korb. Zack. Jo, damit wünsche ich euch noch einen schönen Abend und ja, sorry. Jo, damit wünsche ich euch noch einen schönen Abend.